Hallo, mein Name ist Lancia und ich zeichne seit eigentlich mein Leben lang, aber ich glaube ernsthaft habe ich mit 17 Jahren, also vor neun Jahren angefangen, Manga zu zeichnen und auch mich versuchen zu verbessern. Also selbst produziert vor acht Jahren, beim ersten, das war dann Into Eternity, das war so eine Vampir-Love-Story-Shoujo-Manga. Und jetzt hier noch hat einmal ein Dojinji zu einer Serie, die ich sehr mag, Kuroko no Vaske und mein neuestes ausgesprochen ausgeschrieben, das ist eine BL Dojinji, wo es um zwei Brieffreunde geht, die sich dadurch, durch ihre Brieffreundschaft, ihre gemeinsamen Probleme mit ihrer Homosexualität irgendwie bewältigen. Der schönste Moment bei meiner Arbeit als Dojinji-Zeichner war, als ich auf Pixiv, das ist eine japanische Bild-Plattform, eine Nachricht bekommen habe, wo ich eingeladen wurde für eine Anthologie dort, also in Japan für ein Fan-Event, ein Dojinji zu zeichnen, acht Seiten Kurzgeschichte. Und das war für mich schon so, wow, das war toll, das wurde dann in Japan publiziert und China, das war schön, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017